Herzlich willkommen hier auf dem Lärchenberg und herzlich willkommen zum zweiten Tag unserer Veranstaltung, zu unserer Tagung Peter Streamer Watch TV, was kommt, was bleibt, was geht im Fernsehen. Es freut mich sehr, dass auch heute so viele unserer Einladungen gefolgt sind und es freut mich sehr, dass wir hier beim ZDF zu Gast sein können und diese tollen Konferenzräume nutzen können und hier diesen perfekten Rahmen für unsere Tagung gefunden haben. Herzlichen Dank an die Gastgeber an dieser Stelle. Ja, ich denke, das ist ein Applaus wert. Wir sind gestern schon eingestiegen, für die, die nicht dabei waren. Wir haben schon eine sehr, sehr lebhafte Diskussionsrunde gehabt mit unterschiedlichen Branchenvertretern in der Staatskanzlei. Vielleicht eine erste kurze Bilanz, was kommt, was bleibt, was geht, was kommt. Die Abschlussfrage, wie Fernsehen 2030 aussehen wird, hat ein sehr, sehr vielfältiges Bild ergeben. Es war die Rede von großen Displays, integriert in ganz unterschiedlichen Alltagskontexten, beispielsweise im Auto. Augmented Reality, Virtual Reality, also Datenbrillen, die wir tragen werden, auf denen wir Informationen wahrnehmen und lesen können. Also sprich viel technische Innovationen, was die Befragten vor Augen hatten. Inhaltlich ganz klar war das Thema Vielfalt prägend, nämlich eigentlich noch mehr Angebote, noch mehr Inhalte. Und damit war die Auffindbarkeit zentral, nämlich auf den unterschiedlichen Plattformen wirklich die Inhalte dann zu finden, die der Nutzer sucht. Ein ganz, ganz großes Thema, strukturierte Auffindbarkeit, aber auch das Thema privilegierte Auffindbarkeit. Also das heißt, vielleicht pushe ich bestimmte Inhalte nach vorn und da ist die große Frage, wie kann man sowas eigentlich regeln? Kann man das medienpolitisch festlegen, dass bestimmte Inhalte nach vorne rutschen und vielleicht andere nach hinten? Was bleibt? Ich glaube, es war Einigkeit, ich hoffe, Sie sehen das genauso wie ich, Einigkeit, dass das lineare Fernsehen Bestand haben wird, also diese gewohnte Leanback-Funktion erhalten bleiben kann, erhalten bleiben wird und hier natürlich qualitativ hochwertiger Content zentral sein wird, also auch kreativer Content. Ganz wichtig. Was geht? Also ich glaube, es war auch sichtbar oder spürbar, dass die Bedeutung der Sendermarken in ihrer Leuchtturm-Funktion so nicht erhalten bleiben kann. Also und damit bleibt eigentlich die Frage, wie schafft man dann Sendungsbranding, wenn es eigentlich nicht über die Marken, über den Namen des Kanals mehr funktionieren kann? Also wie baut man Zuschauerbindung auf? Das war vielleicht so eine erste kleine persönliche Bilanz. Heute geht es weiter. Wir haben vier thematische Panels und wir werden bestimmt diese Fragen weiter vertiefen, zum Beispiel das Auffindbarkeitsthema im Nutzerpanel. Wir werden verschiedene Fragen wieder aufnehmen und haben vier thematische Panels, Markt, Nutzung, Angebot und das letzte Panel, die Rolle der öffentlich-rechtlichen Anbieter. Wie ist der Funktionsauftrag nun zu definieren? Wie kann man ihn sehen? Wir starten jetzt gleich mit dem Markt, also sprich mit den Veränderungen aus medienökonomischer Perspektive, mit der veränderten Wettbewerbssituation, mit den neuen Playern am Markt, die ja ganz, ganz veränderte Rahmenbedingungen schaffen und Strukturen vorgeben, die für die etablierten Anbieter sehr, sehr schwierig sind und ganz neue Herausforderungen schaffen. An der Stelle übergebe ich gleich an meinen Kollegen Björn von Rimscher, der das erste Panel moderiert. Ich wünsche uns allen einen schönen, interessanten zweiten Tag, eine spannende Diskussion und freue mich auf die Panels. Dankeschön. Guten Morgen auch von meiner Seite. Wir haben es so organisiert, dass wir jetzt drei Input-Referate haben werden. Ich stelle Ihnen die Referenten jeweils kurz vor und danach werden wir ein bisschen diskutieren. Am Ende öffnen wir das auch für Fragen von Ihnen. Wir beginnen mit Werner Ballhaus. Werner Ballhaus ist Partner bei PwC, gelernter Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und seit vielen Jahren nicht nur in der Beratung tätig bei PwC, sondern auch verantwortlich für den Entertainment und Media Outlook, sozusagen die Referenz für, wenn jemand Prognosen braucht, wie wird es denn weitergehen im Medienmarkt. Also wenn man auch in eine andere Mediengattung expandieren will, wenn man vielleicht als ausländischer Player auf den deutschen Markt eintreten wird. Und er ist so freundlich, dass er uns heute Morgen die Highlights aus dem neuesten Entertainment im Media Outlook präsentieren wird, damit wir so eine Vorstellung haben, was glaubt denn, zumindest PwC, wie wird sich der Fernsehmarkt bis 2021 entwickeln. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Bitte schön, Herr Ballhaus. Danke schön, Herr von Rimscher, für die Begrüßung und für die Vorstellung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich Ihnen sehr, Ihnen heute erstmals hier in dieser Runde, die Ergebnisse des German Entertainment und Media Outlook 2017 bis 2021 zu präsentieren und damit einige Entwicklungen des deutschen Unterhaltungs- und Medienmarktes zu skizzieren. Der German Entertainment und Media Outlook erscheint jährlich seit 15 Jahren. Wir untersuchen hier 17 Segmente des Unterhaltungs- und Medienmarktes. Der Outlook enthält ausführliche Daten zu Konsumenten und Werbeausgaben für die letzten fünf Jahre und Prognosen für die nächsten fünf Jahre. Bei unseren Prognosen berücksichtigen wir insbesondere technologische, wirtschaftliche, demografische, institutionelle, verhaltens- und wettbewerbsbedingte Faktoren, die die einzelnen Segmente der Unterhaltungs- und Medienbranche beeinflussen. Unsere Prognosen basieren auf mathematischen Modellen, die wir dann aufgrund unseres Fachwissens validieren und ergänzen. Für den deutschen Unterhaltungs- und Medienmarkt prognostizieren wir ein durchschnittliches Wachstum von 2,4 Prozent in den nächsten fünf Jahren. Im globalen Vergleich kann der deutsche Markt beim Wachstum nicht ganz mithalten. Für einen entwickelten und etablierten Markt ist das Wachstum aber vergleichsweise hoch. Dennoch ist die Wachstumsquote geringer als die des Bruttoinlandsprodukts. Die entscheidende Triebfeder des Wachstums ist selbstredend die Digitalisierung, von der einige Angebote wie Streaming profitieren und die zugleich Printmedien wie Zeitungen, Zeitschriften und Bücher unverändert unter Druck setzt. Und dabei tritt ein Wandel innerhalb der digitalen Welt in den Vordergrund. Die digitale Nutzung wird mobiler. Zu Beginn möchte ich einen kurzen Blick auf die Entwicklung des gesamten Marktes werfen. Wir beobachten, dass die Werbeausgaben stärker wachsen als die Konsumentenausgaben. Schauen wir auf die Werbeausgaben, sehen wir, dass schwächere Wachstumsraten bei der TV-Werbung 2015 und 2017 für Schwankungen sorgen. Da es in diesen Jahren keine Fußball- oder Europameisterschaft gab, ist es auch nicht überraschend. Und darüber hinaus gingen 2015 die Werbeeinnahmen von Zeitungen und Zeitschriften stärker zurück als sonst. Online-Werbung und TV-Werbung bleiben Wachstumstreiber. Die Wachstumsraten flachen aber ab. Bei den Konsumentenausgaben können die hohen Wachstumsraten digitaler Geschäftsfelder nicht über einen längeren Zeitraum gehalten werden. Wir sehen hier eine Abflachung ab 2018. Die Wachstumsraten werden aber auch wieder steigen. Wir haben 2021 eine Erhöhung der Rundfunkabgabe berücksichtigt und erwarten einen neuen Wachstumsschub für Internetvideo infolge der Einführung von 5G. Ich habe in diesem Jahr besonders viel Spaß, die Ergebnisse zu präsentieren, denn in diesem Jahr wird besonders deutlich, welche Relevanz digitale Geschäftsmodelle im Markt haben. Zum Ende des Prognosezeitraums werden digitale Angebote 43% der gesamten Ausgaben ausmachen. Zum Vergleich in den USA 52% und in den Niederlanden sogar 58%. Während einige Wachstumstreiber in der Unterhaltungs- und Medienbranche komplett oder weitgehend digital sind, Internetvideo, Internetzugang, Onlinewerbung, Videospiele, können andere traditionelle Segmente den Rückgang bei physischen Produkten durch digitale Produkte kompensieren. Anderen Segmenten wie Zeitungen und Zeitschriften gelingt es nicht. Das Wachstum der einzelnen Segmente weist ein differenziertes Bild auf. Das Spektrum des durchschnittlichen Wachstums reicht von plus 78 bis minus 1,6%. Den Bewegtbildmarkt haben wir in unserer aktuellen Ausgabe neu strukturiert und in drei Segmente unterteilt. Fernseh- und Heimkinomarkt. Hier werden die Ergebnisse klassischer Fernsehsender aus Konsumentenausgaben analysiert, zusätzlich zu den Einnahmen auf dem physischen Heimkinomarkt, also Blu-Rays und DVDs. TV-Werbemarkt. Hier werden die linearen und die Online-TV-Werbeerlöse dargestellt. Internet-Video, also kostenpflichtiges Video on Demand. Hier werden die Umsätze aus dem Streaming von Videos betrachtet, also über Plattformen wie Netflix oder Amazon, aber auch der Mediatheken, der linearen Fernsehsender. Ich werde im Weiteren aber auch auf den Kinomarkt und die Online-Werbung eingehen, die ganz oder teilweise dem Bewegtbildmarkt zugerechnet werden können. Der Trend zu Bewegtbild hält an. Die schlägt sich im Wachstum des Datenkonsums mit knapp 22% nieder. Die hohe Nachfrage nach Datenvolumen ist zu einem großen Teil dem Herunterladen und Streamen von Videos geschuldet. Entsprechend ist das Segment Internet-Video, das ich auf der nächsten Folie den anderen Segmenten des Bewegtbildmarktes gegenüberstellen möchte, eines der am schnellsten wachsenden. Der Datenkonsum wird mobil. Die Wachstumsrate für den mobilen Datenkonsum beträgt 25%. Gegenüber wächst der stationäre Datenverbrauch nur um durchschnittlich 13%. 2021 wird der mobile Datenkonsum einen Anteil von 77% haben. Laut dem Digitalisierungsbericht 2016 nutzen 39% der Bevölkerung Videoangebote aus dem Internet schon heute mindestens einmal im Monat, sei es als Video on Demand oder in Echtzeitübertragung bzw. Livestream. Und wir erwarten, dass der Markt weiter wächst, um durchschnittlich starke 10%. Trotz dieser digitalen Konkurrenz entwickelt sich der traditionelle TV-Markt weiterhin stabil. Dies ist vor allem auf den wachstumstärksten Bereich des Fernsehmarktes zurückzuführen, den Abonnementdiensten. Bis zum Jahr 2021 können die Erlöse aus Abonnementdiensten mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,7% auf insgesamt 5,8 Milliarden Euro anwachsen. Der TV-Markt zeigt aber auch in den weiteren Erlösquellen Wachstum. So kann die TV-Werbung um durchschnittlich 2,2% zulegen. Und das ist hier herauszuheben, dieses Wachstum ist nicht digital. Denn online spielt in der TV-Werbung noch eine untergeordnete Rolle. Online-TV-Werbung verzeichnet auch 2021 einen Anteil von nur 5% an der gesamten TV-Werbung, wobei sie mit durchschnittlich knapp 8% stark wächst. Darüber hinaus erwarten wir 2021 eine Erhöhung der Rundfunkgebühren, sodass die Rundfunkeinnahmen im Prognosezeitraum um durchschnittlich 1,2% wachsen. Während Internetvideo, also für den traditionellen TV-Markt, auf die reinen Umsätze bezogen, noch keine essenzielle Bedrohung darstellt, sieht es für den physischen Heimkinomarkt anders aus. Dieser verliert stark um durchschnittlich 13% und muss erhebliche Anteile an den Markt für Internetvideos abgeben. 2021 werden die Einnahmen der Streaming-Anbieter die Einnahmen auf dem Heimkinomarkt und auch auf dem Kinomarkt jeweils übersteigen. Das sehen Sie hier in der rechten Grafik. Doch auch der traditionelle TV-Markt darf sich nicht auf den bisher positiven Prognosen ausruhen. Die Wachstumsprognosen sind zwar positiv, aber nicht besonders hoch. Und in anderen Ländern, wie beispielsweise unseren niederländischen Nachbarn, ist die Wachstumsrate im Prognosezeitraum für die lineare TV-Werbung bereits rückläufig. Hier sind Streaming-Angebote noch erfolgreicher als hier zu Lande und setzen den TV-Unternehmen stark zu. Die Abonnement-Dienste haben ihr Wachstum dem PTV zu verdanken. Dank durchschnittlicher Wachstumsraten von 8,7% ist es möglich, den Rückgang bei Anschlussentgelten für Kabel und IPTV zu kompensieren. Der unverändert starke Wettbewerb zwischen Anbietern der Telekommunikationsbranche beschleunigt diesen Wandel hin zum PTV zusätzlich. Ein weiterer Grund für dieses enorme Wachstum beim PTV ist die steigende Anzahl von Angeboten mit exklusiven Ausstrahlungsrechten. Haupttreiber ist hier sicherlich weiterhin die Fußballübertragung. Doch trotz der positiven Perspektive für PTV-Anbieter droht auch hier Konkurrenz durch Streaming-Anbieter, die immer mehr in die Sportübertragung drängen. Neben den Sportangeboten sind auch andere exklusive Unterhaltungsangebote, insbesondere im boomenden Seriengeschäft, relevant. Hier ist auf dem Markt ein hoher Wettbewerb eingetreten. PTV-Anbieter, traditionelle TV-Anbieter, Streaming-Anbieter und Telekommunikationsunternehmen versuchen beispielsweise durch exklusive Serien Kunden an sich zu binden. Da der Konsument immer mehr auf jederzeit abrufbare, geräteunabhängige Inhalte zugreift, passen auch die PTV-Anbieter und die traditionellen TV-Anbieter ihre Angebote an. So können Inhalte, die beispielsweise bei Sky früher nur im Abonnement erhältlich waren, nun auch abgerufen werden. Traditionelle TV-Anbieter bieten Inhalte auf Abruf schon seit längerer Zeit auf ihren Mediatheken an. Lassen Sie mich nun auf die Empfangsarten eingehen. Auch hier gibt es einige interessante Entwicklungen. 2016 gab es in Deutschland 38,3 Millionen Fernsehaushalte, die ihr Programm über Kabel, Satellit, IPTV oder Terrestrik empfingen. In den kommenden Jahren rechnen wir bei den einzelnen Empfangsarten mit heterogenen Entwicklungen. Die Anzahl der Kabelanschlüsse wird leicht rückläufig sein. Auch für den Empfangsweg Terrestrik prognostizieren wir einen Rückgang. Demgegenüber erwarten wir, dass sich die Marktposition des Satellitenanschlusses leicht verbessert. Im Bereich IPTV rechnen wir dank fortschreitender technologischer Weiterentwicklungen mit einem durchschnittlichen Wachstum von über 6% pro Jahr, so dass 2021 mehr als 3 Millionen Haushalte ihr Programm über IPTV empfangen werden. Damit gewinnt das Internet nicht nur für Streaming-Anbieter, Mediatheken oder auch als Rückkanal an Bedeutung, sondern auch für das klassische lineare Fernsehen. Lassen Sie mich nun auf die Werbung eingehen. Bei der reinen Betrachtung der Daten wird klar, dass die Online-Werbung der unangefochten größte Werbemarkt ist. 2011 hat sie die Fernsehwerbung als führendes Werbesegment abgelöst. Doch auch die TV-Werbung verzeichnet als zweitgrößter Werbemarkt weiterhin konstantes Wachstum und das auch linear. Allerdings kann das Wachstum der TV-Werbung nicht an das der Online-Werbung heranreichen. Wir gehen davon aus, dass der Gesamtmarkt der Online-Werbung bis 2021 mit einer durchschnittlichen Rate von 5,6% wachsen und ein Volumen von 8,7 Milliarden Euro erreichen wird. Der gesamte TV-Werbemarkt hingegen wird um durchschnittlich 2,2% von 4,7 auf 5,4 Milliarden Euro anwachsen. Die Online-TV-Werbung verzeichnete in den Jahren 2012 bis 2016 ein Wachstum von durchschnittlich 21%. Bis 2021 erwarten wir ein durchschnittlich geringeres Umsatzwachstum von knapp 8% pro Jahr. Die schwächeren Wachstumsraten sind unter anderem den zunehmenden Wettbewerb durch Streaming-Anbieter sowie den sinkenden 1000-Kontaktpreisen geschuldet. Das Erfolgsrezept sowohl von Online-Werbung als auch von TV-Werbung wird in Zukunft in der Individualisierung liegen. Ziel ist es, die richtige Kundengruppe im richtigen Moment mit der passenden Botschaft anzusprechen. Dies wird in Zukunft vor allem durch technologischen Fortschritt effizienter und effektiver möglich sein. Schauen wir nochmal detaillierter auf die Online-Werbung. Die ungebrochen steigende Zahl an Internetnutzern und die längere Verweildauer im Netz führen dazu, dass immer höhere Werbebüchets in die digitalen Marketingkanäle fließen und folglich für die Online-Werbung ein konstantes Wachstum zu erwarten ist. Im stationären Online-Werbemarkt sind erste Sättigungstendenzen erkennbar, auch wenn der Löwenanteil des Budgets weiterhin hierhin fließt. Das Wachstum beträgt durchschnittlich 3,8%. Hier behält die Suchwortvermarktung ihre führende Position und kann diese sogar noch ausbauen. Der Trend zu mehr Video-Werbung hält an, die Wachstumsraten flachen aber ab. Die höchsten Wachstumsraten erwarten wir in der mobilen Online-Werbung mit knapp 20%. Aber auch wenn die mobile Online-Werbung ihren Anteil von 9% 2016 auf 16% 2021 ausbauen kann, ist sie noch weit davon entfernt, der stationären Online-Werbung den Rang abzulaufen. Die Entwicklungstreiber von Online-Werbung und TV-Werbung sind ähnlich und setzen auf die neuen Möglichkeiten der Datenanalyse. Hintergrund dieser Entwicklung ist ein Trend, der sich in der gesamten Unterhaltungs- und Medienbranche beobachten lässt. Der Konsument rückt ins Zentrum. Denn wie vorab beschrieben, wird es angesichts des zunehmenden Konkurrenzdrucks bei zugleich tendenziell sinkenden Margen für viele Unternehmen immer wichtiger, lukrative Zielkunden an sich zu binden. Voraussetzung für konsumentenzentrierte Strategien, Medienangebote und Werbeformate ist die moderne Datenanalyse, also Big Data. Auch der Trend, zunehmend eine durchgängige Brand Experience sicherzustellen, beruht auf modernen Datenanalyseverfahren. All dies stellt Marketingabteilungen vor Herausforderungen, denn technisches Spezialwissen gehörte in der Vergangenheit nicht unbedingt zur Kernkompetenz. Auch regulatorisches Fachwissen wird immer wichtiger, denn so verlockend die Möglichkeiten der modernen Datenanalyse auch sind, die Einhaltung von Datenschutzregeln macht deren Anwendung noch komplexer. In der TV-Werbung sieht es nicht anders aus. Für den Fernsehwerbemarkt sind zwei Treiber dominant, Addressable TV und Social TV. Addressable TV verringert den Streuverlust und ermöglicht die Aussteuerung von Werbespots nach Zielgruppe, Standort oder Wetterlage. Im Gegensatz zu linearer TV-Werbung, bei der alle Zuschauer innerhalb des Programms zur gleichen Zeit dieselbe Werbung sehen, kann mit Addressable TV jeder TV-Zuschauer individuell angesprochen werden. Außerdem nutzen Fernsehzuschauer immer mehr Social-Media-Plattformen zum digitalen Austausch über ein Programm. Hierbei bieten die Erwähnung von Schlagworten und die Online-Profile der Nutzer die Möglichkeit, umfangreiche Daten über deren Interessen zu erhalten. Zudem können durch diesen Trend TV-Unternehmen mit ihren Zuschauern interagieren und somit die User-Experience verbessern. Ich bin hiermit am Ende meiner Präsentation. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf den kommenden Austausch. Besten Dank, Herr Ballhaus. Jetzt haben wir schon mal einen Ausblick bekommen, was vielleicht kommen könnte. Ich habe gesehen, auf den nächsten Folien werden wir einen ganz weiten Rückblick auch bekommen. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen Frau Elke Waldhelm. Sie ist Programmgeschäftsführerin von Sky Deutschland, ist seit 2005 bei Sky, hat also schon eine längere Zeit dort verbracht und kennt das, dass Pay-TV nicht immer so eine rosige Zukunft prognostiziert wurde, wie wir jetzt gerade gesehen haben. Pay-TV ist schon öfter totgesagt worden und jetzt ist es wieder da. Manche nennen es halt nicht mehr Pay-TV, sondern dann sind sie aber gerne bereit, für Netflix oder Amazon Prime zu zahlen. Ich hoffe trotzdem für Frau Waldhelm, dass dann auch noch Kunden bei Sky bleiben werden und nicht nur bei Streaming-Diensten. Frau Waldhelm hat auch früher mal in der Beratung gearbeitet, aber wie gesagt, seit 2005 im Programmgeschäft und inzwischen im Executive Board von Sky und ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Um uns einen Einblick zu geben, wie ein Anbieter damit umgeht, dass sich der Markt wandert. Dankeschön. Ja, ich fange einfach schon mal an, mich ganz herzlich dazu bedanken, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass ich ein bisschen diese Brille des kommerziellen Fernsehens und nicht nur kommerziell, sondern eben auch wirklich Pay-TVs heute hier in die Diskussion mit einbringen kann. Vielleicht auch den Blickwinkel noch mal ein bisschen erweitern kann, wie wir uns die Veränderungen im Markt anschauen. Wie gesagt, über meine Person haben Sie ja schon ein bisschen was gelernt, deswegen würde ich direkt noch mal ein bisschen einsteigen, ja, in so unsere Gedanken, wie sich denn der Markt wandelt. Als ich mir das Thema noch mal angeschaut habe, wie wandelt sich der Markt, habe ich mir eigentlich noch mal die Gegenfrage gestellt. Was bleibt eigentlich gleich? Und ich glaube, was wirklich gleich bleibt, und das wahrscheinlich schon seit der Steinzeit, ist das Bedürfnis der Menschen nach Unterhaltung. Früher hat man sich halt Geschichten am Lagerfeuer erzählt oder man hat Spiele gespielt. Und ich glaube, bis heute ist das der Kerntreiber, weshalb wir Menschen dazu bringen, auf einen Screen zu schauen, sage ich mal. Ja, der hat sich ja etwas gewandelt. Ich habe hier dieses alte Bild noch gefunden, also in den 30er Jahren ging es ja los, dass man überhaupt mal was über die Flimmerkiste gesehen hat. Seitdem ist natürlich wahnsinnig viel passiert. Denken wir noch mal zurück, Farbfernsehen, große Revolution in den 60er Jahren, das öffentlich-rechtliche Fernsehen wurde aufgebaut. 80er Jahre, ich weiß es noch, wie fasziniert ich war, dass es plötzlich RTL und Sat.1 gab und plötzlich kamen ganz andere Inhalte auch nach Deutschland. Ja, wenn man plötzlich nach der Schule California Clan und Knight Rider geschaut hat, ja, dann war das irgendwie nochmal eine Unterhaltung aus einer anderen Welt im wahrsten Sinne des Wortes. 90er Jahre machte dann das Pay-TV die ersten zarten Anfänge, sage ich mal. Premiere war geboren, DF1 kam dazu, Premiere World und so weiter und so fort. Aber ich glaube, so richtig spannend, was im Markt passiert ist, ist eigentlich so in den letzten 20 Jahren. Und ich glaube, das sind so drei ganz entscheidende Faktoren, die hier eine Rolle gespielt haben. Das erste Thema ist Digitalisierung. Also Digitalisierung hat ja allein schon die Eintrittsbarriere für Fernsehsender in den deutschen Markt deutlich reduziert. Ja, weil eine analoge Bandbreite bei Astra zu kaufen, hat schon nochmal einen anderen Kostenfaktor aufgerufen als eben eine digitale. Genauso bei der Kabelverbreitung. Also ich denke, man gründet sich, dass das Thema Digitalisierung ein ganz wesentlicher Faktor für mehr Vielfalt, auch im klassischen linearen Fernsehen. Das zweite ist das Internet, was ja auch schon in den 90er Jahren entstand, aber ich denke erst, und das ist der dritte Faktor, den ich für wahnsinnig wichtig halte, mit den verschiedenen Devices und eben diese überall Verfügbarkeit des Internets, eben über Wi-Fi, über 4K, LTE oder wie es auch immer heißt, dass man wirklich eine sehr einfache Zugänglichkeit hat, auf gestreamte Inhalte zuzugreifen. Und heute leben wir halt in der Tat in einer Welt, wo der Konsument eigentlich mehr die Qual der Wahl hat, weil wir eine Vielfalt an Möglichkeiten haben, Unterhaltung zu genießen, wie es in der Form noch nie da war. Also wann kann ich schauen? Immer, jederzeit. Egal, ob ich linear einschalte und ein bisschen seppe oder ob ich eben gezielt mir die Inhalte in der Mediathek oder in einem Streaming-Service anschaue. Wo? Auch die Frage stellt sich nicht mehr. Also früher hat man das Lagerfeuer im Wohnzimmer gesucht. Heute kann ich in der U-Bahn, im Zug, im Flughafen, wo auch immer über die verschiedenen Devices alles gucken, was ich halt gerne gucken möchte. Entweder live oder eben nochmal auf Abruf. Wie? Ja, auch da haben wir jetzt alle Flexibilitäten über Kabel, Satellit oder eben über IP, über das Smartphone, über den Laptop, über das klassische Fernsehgerät mit Setupbox, ohne Setupbox. Alles möglich, ja. Und das Entscheidende ist natürlich das Was. Also auch die Vielfalt der unterschiedlichen Inhalte, ja, die ich als Kunde oder als Konsument sehen kann, hat ein Ausmaß angenommen, der in der Form noch nie da war. Ja, ja, über die klassische Eigenproduktion, die deutsche Produktion bis hin eben zu Lizenzen, die nach Deutschland kommen aus dem Ausland. Aber was natürlich jetzt auch durch das ganze Thema Internet und YouTube zum Beispiel eine ganz andere Bedeutung gewonnen hat, ist immer noch User-Generated Content, ja, Short-Form-Content. Also alles Inhalte, die jetzt in dem klassischen, ja, Verbreitungsweg eines linearen Fernsehsenders nie so ein Zuhause gefunden hätten, wie es jetzt eben über diese auch sehr zielgruppenspezifischen Angebote möglich ist. Also wir haben eine große Veränderung in der Defensifikation, wo die unterschiedlichen Inhalte herkommen. Wir haben eine Großzahl von neuen Anbietern, eben auch gerade über die OTT-Anbieter und da meine ich genauso freiempfangbare wie eben YouTube. Aber eben auch die große Revolution, die ja auch jetzt in den letzten drei Jahren kam, ist auch, dass wirklich Streaming-Dienste, die einen globalen Footprint haben, wie Netflix und Amazon, nach Deutschland gekommen sind. Und die natürlich auch durch diese globale Skalierung nochmal andere Möglichkeit haben, Content auf, ich sage jetzt zumindest mal, Multi-Territory-Ebene verfügbar zu machen und dadurch natürlich auch ganz andere, ja, Kostensynergien bei Einkauf oder eben Eigenproduktion möglich machen. Und das Dritte, wie schon angesprochen, die Nutzung. Die Nutzung ist deutlich flexibler geworden und nicht, weil sich das irgendjemand erfunden hat aus meiner Sicht, sondern weil das Bedürfnis einfach da ist. Der Kunde will einfach flexibler entscheiden, wo und wann ich schaue. Aber auch hier unterstütze ich die These, am schönsten ist es immer noch auf der Couch, im eigenen Wohnzimmer. Und das sehen auch wir bei Sky, bei all der Flexibilität, die wir anbieten. Die meiste Nutzung ist nach wie vor über den großen Screen, im Wohnzimmer, auf der Couch, wo es halt dann doch am gemütlichsten ist. Ja, also unsere Strategie, mal ein bisschen salopp formuliert, ist so, bei Sky möchten wir den One-Stop-Shop anbieten. Sprich, wir möchten verschiedene Inhalte aus relevanten Genres anbieten, aber auf eine flexible Art und Weise, egal über einen Big Screen oder einen Small Screen, live oder eben auf Abruf. Das ist die Kombination und die Flexibilität, die wir anbieten möchten. Wenn ich aber Shop sage, ja, dann impliziert das ja schon ein bisschen, dass das nicht umsonst ist. Das heißt, wir müssen wirklich bei Sky uns überlegen, wie verkaufen wir unser Produkt? Wie schaffen wir es, dass Menschen dazu bereit sind, zusätzlich zu bezahlen und zusätzlich zu einem Angebot, was in Deutschland sehr reichhaltig ist, was auch qualitativ gut ist, ja, was sehr flexibel auch nutzbar ist. Und deswegen sind für uns immer die entscheidenden Fragen, was können wir wirklich anbieten, was anders ist und was den Menschen dazu motiviert, zu sagen, ja, ich hole mir jetzt Sky und wenn ich es habe, ich bleibe auch dabei. Also auch diese Frage ist für uns gleichermaßen wichtig, dass wir die Kunden, die wir gewinnen, dass wir die eben auch halten können. Und wir haben so, ich sage immer so gerne, das sind so die drei großen Cs, die uns da treiben. Das erste ist Content, ganz klar, also was zeigen wir? Das zweite ist aber auch Convenience, wie zeigen wir es und wie bequem ist es und wie gut ist der Service? Und das dritte ist, auch ein bisschen salopp formuliert, die Coolness. Ja, ist die Marke Sky cool? Ja, reden auch die jungen Leute drüber? Nur ist Sky, was relevant ist und deswegen stecken wir auch nicht unwesentliches Geld ins Marketing. Auf den Content möchte ich jetzt aber gerne nochmal besonders eingehen. Ja, also nochmal die Frage, warum holt man sich Sky? Und wir haben immer ganz einfach, ja, in unserem internationalen Umfeld, auch hier reden wir viel Englisch, sagen wir, es gibt eigentlich so die drei großen Faktoren. Das eine ist Only, also sprich Exklusivität, ich kann es wirklich nur bei Sky sehen. Das zweite ist First, ich kann es vielleicht nicht nur bei Sky sehen, aber bei Sky zuerst. Und das dritte ist Live. Ja, also ich kriege vielleicht später auch mal eine Zusammenfassung von irgendwas, aber das wirkliche Live-Erlebnis gibt es dann exklusiv bei Sky. Also das sind so die drei Leuchttürme, an denen wir uns immer orientieren und auch überlegen, mit welchen USPs können wir dann Kunden ansprechen und sagen, hey, es lohnt sich, noch zusätzlich Geld auszugeben. Und auch die These von Herrn Ballhaus möchte ich nochmal aufgreifen. Ja, auch wir profitieren davon, dass es mehr Angebote gibt jetzt für extra Geld, sage ich mal. Ich habe schon den Eindruck, dass in Deutschland das Selbstverständnis, dass man für besondere Inhalte, exklusive Inhalte oder besondere qualitativ hochwertige Inhalte nochmal extra was bezahlt, dass diese Bereitschaft deutlich gestiegen ist. Unser Job bei Sky ist es eben zu sagen, wir sind die Besten, ganz einfach. Ja, und auch wirklich zu sagen, warum. Warum? Weil der Wettbewerb im OTT ist ja immer nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir bei Sky anbieten. Ja, ich werde oft gefragt, ist der Netflix jetzt nicht eine Riesenbedrohung? Sage ich, naja, Netflix macht halt primär Serien. Sky, und darauf, glaube ich, gehen wir jetzt nochmal ein, ist eben deutlich breiter in den unterschiedlichen Segmenten, die wir anbieten. Und natürlich gibt es in einem einzelnen Segment auch jeweils einen Wettbewerber, den wir uns auch genau anschauen, aber wir glauben, in der Vielfalt, die wir anbieten und auch in der jeweiligen Qualität, in der wir das anbieten, sind wir recht einzigartig. Auf ein paar Punkte möchte ich hier gerne nochmal eingehen, weil vielleicht hat ja noch nicht jeder Sky zu Hause. Vielleicht kann ich mal fragen, haben wir Sky-Abonnenten im Haus? Haha, gut, beim nächsten Mal hoffentlich doppelt so viele. Und darf ich fragen, was war der Kernentscheider für den Kauf? War es eher rechts oder eher links? Ich bin auch. Ah, vielen Dank. Oh, großer Fan von Ihnen jetzt schon. Nein, um die Frage zu beantworten, wir sehen natürlich in unseren Kundenbefragungen, dass ein ganz wichtiger Treiber ist natürlich der Sport und allen vorweg natürlich die Bundesliga. Und das ist auch nicht nur in Deutschland so, das ist auch in anderen Märkten so. Nichtsdestotrotz ist unsere Strategie zu sagen, wir müssen mehr Mitglieder des Haushalts ansprechen und mehr Anreize finden, dass mehr Leute pro Haushalt Sky nutzen. Und das idealerweise nicht nur samstags um 15.30 Uhr, sondern eben idealerweise jeden Tag, damit sie auch, wenn dann mal die Entscheidung getroffen werden muss, oh, das Abo läuft aus, wollen wir es jetzt noch verlängern, dass idealerweise sagen, nee, ich will nicht auf HBO verzichten, nee, ich will nicht auf Sport verzichten. Und nee, ich will auch nicht auf die aktuellen Blockbuster aus den USA verzichten. Und deswegen ist diese Kombination, wie wir sie anbieten, eine ganz wichtige. Und ein Thema, in das wir ganz besonders jetzt investieren, ist das Thema Entertainment. Also was fassen wir unter Entertainment? Das ist eben nicht nur eine Vielfalt auf vielen Sendern, sondern ganz klar das Thema Serie. Serie. Also ein Herr hat es ja schon angesprochen, Serie, da haben wir uns überlegt, okay, wer kann das denn ganz gut? Ja, HBO selbstverständlich. Wir haben schon im Jahr 2012 den ersten Output-Deal mit HBO geschlossen, für wirklich den gesamten Output, der dort produziert wird, dass der zuerst und exklusiv bei Sky sichtbar ist. Ja, wir haben dann mit Showtime nachgelegt und darüber hinaus machen wir immer auch so ein bisschen Cherry-Picking und schauen, dass wir besonders tolle Serien akquirieren, was ich bis heute auch ganz, ganz amüsant finde. Wo sieht man in Deutschland die aktuellste, neueste Staffel von House of Cards? Nein, nicht bei Netflix, sondern bei Sky, weil wir uns die Rechte frühzeitig gesichert haben, als es Netflix noch gar nicht im deutschen Markt gibt. Box-Sets, auch so ein Zauberthema, auch da haben wir massiv investiert. Wir haben vor zwei Jahren das sogenannte Entertainment-Paket gestartet, haben ein Box-Set-Paket, ja, da sind um die 100 verschiedene Serien drin, die man wirklich von Staffel 1, Episode 1 nochmal schauen kann und das Ganze eben nicht nur auf einem kleinen Device, ja, sprich auf dem Smartphone oder auf dem Tablet, sondern eben auch über die Setup-Box abrufen kann. Und interessanterweise wird das auch deutlich stärker genutzt als über die kleineren Devices, dass man auch diese Serien auf Abruf bei uns, ja, zu circa drei Viertel versus ein Viertel gerne auch über den großen Screen anschaut. Drittes Thema, auf das ich noch kurz eingehen möchte, ist Original Productions. Auch wir haben für uns das Thema Eigenproduktion entdeckt, im fiktionalen Bereich, aber wir fangen auch an mit Entertainment und Showformaten. Wir haben letztes Jahr einen neuen Sender gestartet, Sky One, da machen wir jetzt sehr erfolgreich eine Kochshow, Masterchef, machen aber auch Comedy-Formate und haben da auch noch viel mehr vor. Aber auch das Thema fiktionale Eigenproduktion ist für uns ein strategisch sehr wichtiges, was eine hohe Investition erfordert, keine Frage. Aber auch hier glauben wir daran, dass wir dieses Thema Only oder First sehr, sehr gut bedienen können. Das Konzept hat sich auch schon bewiesen. Wir sind ja mittlerweile ein Teil einer Sky-Gruppe. Es gibt Sky auch in England und in Italien. Die haben schon ein bisschen eher damit angefangen, Eigenproduktionen zu machen. Und da kann man das wirklich schon sehen, wie sich das im Geschäftsmodell auch positiv manifestiert. Und da haben wir jetzt auch in Deutschland viel vor. Über ein Thema, über das wir gestern Abend schon gesprochen haben, worauf wir sehr stolz sind, unsere erste Co-Produktion, die wir mit ARD, Digeto und als internationalen Vertriebspartner mit der Beta gemacht haben, ist Babylon Berlin. Das haben wir, ich glaube, die Gespräche starteten so 2013. Das war damals für uns eine große, große Entscheidung. Investiert man wirklich doch signifikantes Geld in einen Content, den man noch gar nicht sehen kann? Wir kommen ja mehr so aus dem Klassischen, erst gucken wir es uns an und dann entscheiden wir, ob wir dabei sind. Dass die Serie sich zu dem entwickelt, was sie heute ist, konnten wir damals noch nicht mal träumen. Und insofern sind wir jetzt ja sehr, sehr stolz, da dabei zu sein und auch die Serie unseren Abonnenten als erstes anbieten zu können. Wir hatten gestern so ein bisschen die Diskussion, ja, wer zeigt es eigentlich zuerst? Und ich hoffe, dass durch meine Darlegung, warum wir glauben, dass unser Geschäft überhaupt wachsen kann, ist eben die wichtige Grundlage, dass wir etwas eben exklusiv oder eben zumindest als erstes haben. Wenn wir nicht eine Erstausstrahlung haben, dann verliert es halt ganz schnell so ein bisschen die Qualität eines Zugpferdes, ein Abonnement wirklich verkaufen zu können. Das ist aber nur der Anfang. Wir produzieren gerade drei weitere Serien. Acht Tage ist gerade abgedreht worden. Das Boot, ich glaube, den Film kennt noch jeder. Darauf basierend drehen wir gerade eine Serie. Ab heute, ich glaube, wir waren letzte Woche noch in La Rochelle. Die Woche waren sie in München, in den Bavaria Studios. Nächste Woche geht es wieder in Prag weiter. Also eine riesige Produktion. Und die dritte Serie, die, glaube ich, gestern die Produktion losging, ist der Pass. Basiert so ein bisschen auf der Idee von der Brücke oder der Tunnel. Es wird eine Leiche gefunden auf der Grenze zwischen Deutschland und Österreich. Und zwei Ermittlerteams müssen sich so ein bisschen miteinander arrangieren. Und da bin ich auch der festen Überzeugung, da werden wir ganz hochwertiges, ja, eine Pay-TV-Serie erstellen, die unsere Abonnenten hoffentlich in Band zieht und dadurch auch enger noch an Sky bindet. Diese Vielfalt an Content ist halt immer nur so gut, wie sie eben auch genießbar und auffindbar ist. Also auch ich bin der festen Überzeugung, dass das Thema Auffindbarkeit ein ganz zentrales ist. Ich bin nicht so sicher, ob Sendermarken wirklich an Bedeutung verlieren. Insofern Sendermarken helfen, eine Orientierung zu schaffen, wo finde ich ungefähr was. Aber ich bin schon auch der festen Überzeugung, dass es das Wichtigste ist, eigentlich eine starke Content-Brand. Und dass man die findet. Und dass man diese starke Content-Brand, also diesen Leuchtturm, dann auch über die verschiedenen Empfangswege einfach findet. Das ist jetzt einfach nur nochmal so aufgelistet, um für die, die noch nicht Sky haben, ein Gefühl zu geben, wie gehen wir an das Thema ran. Also eine Set-Top-Box ist immer noch ein wichtiger Teil von Sky, weil die Set-Top-Box einfach auch ermöglicht, aufzuzeichnen. Man kann Dinge dort einfach lagern, jederzeit wieder abrufen und eben auch andere Features mit anbieten kann. Wie zum Beispiel Abruf von On-Demand, dass es werden Inhalte draufgepusht. Oder die Set-Top-Box ist aber auch mit dem Internet verbunden, dass man auf alle Inhalte, die wir eben nun linear zur Verfügung stellen, auch zugreifen kann. Und das Ganze in einer guten Qualität. Wir planen eine neue Set-Top-Box nächstes Jahr nach Deutschland zu bringen. Die ist schon in UK gelauncht. Die nennt sich Q. Auch hier möchten wir noch mehr Convenience schaffen, indem wir auch mehr andere Inhalte verfügbar machen über diese Set-Top-Box. Also es wird auch dann App-Store und Zugang auf Apps geben. Auch hier versuchen wir, ja auch von den öffentlich-rechtlichen und auch von den privaten Inhalten Zugang zu geben. Ja, dass eben auch ein Kunde einfach über eine Set-Top-Box alles empfangen kann, was ihn interessiert. Einfach auch hier diesen Convenience-Punkt. Wie gesagt, Sky on Demand ist unser Abrufservice über die Set-Top-Box. Da sind die gleichen Inhalte drauf, wie sie eben auch dann über OTT auf den mobilen Devices zu sehen sind. Da haben wir auch für bestimmte Zielgruppen entweder eigene Segmente innerhalb der App. Also Serie, Entertainment, Film, Sport. Aber auch wir haben eine eigene App für Kids, weil wir gesehen haben, da gibt es doch immer mal wieder das Bedürfnis, dass die Kinder in einem bestimmten Umfeld bleiben und nicht auf Inhalte zufällig stoßen, die sie nicht sehen sollten. Um uns noch wettbewerbsfähiger zu machen gegen die Wettbewerber im OTT-Bereich, haben wir auch ein reines OTT-basiertes und monatlich kündigbares Angebot gestartet. Das nennt sich Sky Ticket, auch für ab 9,99 Euro abonnierbar. Das ist unsere Strategie, eben auch gerade jüngere Zielgruppen anzusprechen, die sich nicht gleich für zwölf Monate oder länger committen wollen, sondern das ist so die Einstiegsdroge, sage ich mal, Sky, wo man es einfach mal ausprobieren kann. Sie können sich vorstellen, was passiert ist mit unseren Abonnentenzahlen für Sky Ticket, als wir Game of Thrones gezeigt haben. Die gingen erstmal komplett durch die Decke, weil bei Game of Thrones haben wir wirklich noch das Phänomen, das wollen die Leute, und die sind nicht alle unter 20, also das ist auch sehr interessant, wie breit gefächert in der Demografie auch die Nachfrage so einer Serie ist. Aber da gingen halt bei Sky Ticket wirklich, als die letzte Staffel kam, auch die Abverkäufe durch die Decke. Sky Store, noch ein letztes Wort zum Thema One-Stop-Shopping. Was uns in der Kette so ein bisschen gefehlt hat, eben linear und on-demand im Abo. Wir haben schon eine Weile Pay-Per-View oder T-Wort gemacht, was man bei Sky lange noch nicht konnte, ist eben auch einen Film kaufen. Wir haben das gesehen in anderen Märkten, oder es macht ja auch Amazon recht erfolgreich, dass es da eine Nachfrage gibt. Wir haben im Juni dieses Jahr einen neuen Service gestartet, der nennt sich Sky Store. Da kann man den Film nicht nur leihen, also mal sich für 24 Stunden freischalten lassen, sondern auch komplett kaufen. Das heißt runterladen, IST, dann hat man es auf der Box oder auf dem mobilen Device fest. Und wem das zu unsicher ist, der kriegt auch noch on top eine DVD oder eine Blu-Ray in den Briefkasten geliefert. Also, dass man auch da noch was zum Anfassen hat, was im Schrank stellen kann, wirklich die Sicherheit hat, ich habe es wirklich gekauft und mir gehört es. Und so haben wir von wirklich dem DVD-IST-Window eben bis zum Ende des Pay-TV und S-Wort-Windows haben wir eine ziemlich breite Kette der Rechteverwertung abgedeckt und sehen auch, dass das von den Kunden sehr gut angenommen wird. So, das war es zu Sky. Vielen Dank. Besten Dank, Frau Waldhelm. Wenn Sie jetzt in Ihr Programmheft schauen, dann erwarten Sie jetzt wahrscheinlich Frank Lobix. Der Frank Lobix ist leider krank und kann deswegen heute nicht hier sein. Wir sind deswegen sehr froh, dass wir einen kurzfristigen Ersatz gefunden haben. Christopher Buschow von der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover ist kurzfristig eingesprungen. Und er wird jetzt nochmal ein bisschen den Blick weiten, sozusagen nicht ein Anbieter, nicht nur die Zukunft, sondern darauf eingehen, was sind eigentlich Disruptionsfaktoren allgemein, die das Fernsehen betreffen. Ich freue mich sehr, dass Sie es einrichten können. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Björn, für die freundlichen, einleitenden Worte. Herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich ganz außerordentlich, heute hier sein zu dürfen. In der Tat sehr spontan und wirklich nur in Vertretung für den sehr geschätzten Kollegen Frank Lobix. Und es sind große Fußstapfen, in die ich heute hier trete. Aber ich hoffe trotzdem einen kleinen Beitrag leisten zu können zu diesem durchaus spannenden Panel. In den nächsten 10, 15 Minuten führe ich Sie durch meinen Impuls, den ich betitelt habe mit die Disruption des Fernsehmarktes, wenngleich ich dem Titel wahrscheinlich eine Fragezeichen hätte hinten anstellen sollen. Denn es soll auch ein bisschen um die Frage gehen, gibt es sie denn überhaupt, die Disruption? Und wenn ja, wie schnell ist sie eigentlich? Und dazu haben wir ein paar Sachen schon in den Vorbeiträgen gehört. Ich freue mich auch darauf, sicherlich eingehen zu können, das vielleicht noch ein bisschen zu anbinden zu können. Aber erstmal will ich Sie, wie das auch Frau Waldhelm getan hat, mitnehmen für einen Weg zurück. Nicht in die 30er, aber in die 50er Jahre. Dort sah das typische Wohnzimmer, in diesem Fall wahrscheinlich ein amerikanisches, durchaus so aus. Und der Fernseher ist natürlich hier der neuralgische Punkt, das sehen Sie. Und Frau Waldhelm hat auch schon vom Lagerfeuereffekt des Fernsehens gesprochen. Und ich glaube, dieses Bild symbolisiert das sehr gut. Gleichwohl, meine sehr verehrten Damen und Herren, das wissen Sie, die Realität der Medien heute sieht so nicht mehr aus. Sie sieht wahrscheinlich eher so aus, wenn Sie das hinten auch erkennen können. Es gibt Ihnen noch den Fernseher, er ist dort hinten und der kleine Steppke da mit der Windel schaut auch noch zu. Aber was Sie natürlich auch sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist, dass wir ganz neue Devices, ganz neue Gerätschaften im Wohnzimmer beobachten, die erst in den letzten zehn Jahren überhaupt hier an Relevanz gewonnen haben. Das sind natürlich die Laptops, das sind die Smartphones, das sind die Tablets. Jetzt geht es ja hier nicht um die Mediennutzung, dazu haben wir nachher noch ein sicherlich spannendes Panel. Gleichwohl muss man natürlich ja nochmal herausstreichen, dass das Fernsehen auch in den jungen Zielgruppen immer noch eine große Relevanz hat. Also wir wollen das jetzt hier wirklich nicht für tot erklären, das wäre statistisch gesehen absolut falsch. Gleichwohl ist das Smartphone mittlerweile für Jugendliche das wichtigste Medium geworden. Und jetzt können Sie sich fragen, wer beherrscht denn eigentlich dieses Smartphone? Also wer kontrolliert eigentlich die Schnittstellen zu den Nutzerinnen und Nutzern, wenn wir uns mal das Smartphone anschauen? Und ich finde es immer sehr instruktiv, mal einen Blick zu werfen auf die jetzt heranwachsende Generation, die jungen Leute, die Medienkonsumenten der Zukunft, die 12- bis 19-Jährigen. Da hilft einem die Gym-Studie des SWR immer sehr und das ist mal die Auflistung der Plattformen, die für Jugendliche in Deutschland im Alter von 12 bis 19 Jahren am wichtigsten sind. Und Sie sehen, es sind natürlich die großen amerikanischen Digitalunternehmen, die hier das Medienökosystem, in das sich Jugendliche in erster Linie begeben, kontrollieren. Ja, es stimmt, auf diesen Plattformen finden natürlich auch noch die etablierten Rundfunksender beispielsweise statt. Aber in erster Linie sind es eben auch neue Formate, die hier entstehen. Denken Sie ans YouTube-Ökosystem und YouTube-Stars. Denken Sie an Instagram und die Influencer, die dort entstehen sind mit riesigen Reichweiten. Und interessant auch, all diese Plattformen spielen eine wichtige Rolle im Bereich Video. Wenn Sie mal überlegen, YouTube hat mittlerweile eine Milliarde Stunden Videokonsum am Tag. Bei WhatsApp, was vor allem zur interpersonalen Kommunikation genutzt wird, werden jeden Tag 250 Millionen Videos verschickt. Oder denken Sie an Facebook, mittlerweile 8 Millionen Videoabrufe am Tag. Und das gleiche gilt für Snapchat, da teilöffentliche Kommunikation, die ganz stark Videodominiert ist. Also all das ist in dieser Ökonomie der Aufmerksamkeit, die wir hier in diesem neuen veränderten digitalen Medienökosystem betrachten, natürlich auch in Konkurrenz. Also der Druck kommt eigentlich von zwei Seiten. Er kommt von der interpersonalen, teilöffentlichen Videokommunikation. Und er kommt von den neuen Playern, die sich hier auch sehen. Und all das bestimmt eben das Medienmenü der nachwachsenden, jungen Generation. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass Mark Zuckerberg sagt, Also Sie sehen schon, es gibt sozusagen von Seiten der amerikanischen Plattformunternehmen einen ganz starken Drang, stärker im Bereich Video zu werden und diesen Bereich auch mehr oder weniger zu beherrschen. Also offenbar Disruption, ja, darf ja heute als Modewort in keiner Präsentation eigentlich fehlen. Was meint Disruption? Nun ja, erstmal nichts anderes, so zumindest bei Clayton Christensen, der einer der Gründerväter dieser Theorie ist. Disruptive Technologie ist eine Technologie, die das Potenzial besitzt, nahezu eine andere bestehende Technologie vollständig zu verdrängen. Denken Sie an Fotografie, analoge Fotografie, digitale Fotografie, was machen wir heute? Ja, digitale Fotografie, analoge vielleicht noch in kleinen Nischen. Und gleichzeitig digitale Disruption im Bereich, oder disruptive Innovation, die entsprechend auf Geschäftsmodelle abzielen. Denn wenn Sie nochmal an das Beispiel Fotografie denken und denken an Kodak, das ist ja auch immer so ein gern genanntes Beispiel in diesem Bereich, dann sehen Sie ja auch, dass offenbar disruptive Technologien das Potenzial besitzen, Geschäftsmodelle völlig quasi von heute auf morgen zu verdrängen. Also mit einem Paukenschlag. Und das ist natürlich immer eine nette Geschichte, aber da muss man auch tatsächlich mal wissenschaftlich draufschauen. Und dann sieht man auch relativ schnell, ja, okay, wir haben in manchen Medienmärkten wirklich relativ rasche Disruptionsbewegungen beobachtet. Nehmen Sie den Musikmarkt, Napster erst, jetzt Spotify, aber, und wenn Frank Lobix, der wie gesagt heute leider nicht hier sein könnte, hier stände, würde er mit Sicherheit das sagen, was ich Ihnen jetzt sage, nämlich, dass wir in manchen Medienbranchen auch eine sehr langsame, oder wie er gesagt hat, vielleicht sogar die langsamste Disruption erleben, die wir uns überhaupt vorstellen können. Und er meint damit konkret den Zeitungsmarkt und spricht über die Zeitungsverlage, die ja mit ihren Printprodukten weiterhin sehr gute Umsätze machen. Und damit hohe Renditen einfahren. Das ist ja weiterhin ein gutes Geschäft, das kann man ja gar nicht anders sagen. Deshalb eben langsame Disruption. Vielleicht sogar die langsamste, die wir beobachten können. Und ich will den Punkt machen, dass ich glaube, dass das für die Rundfunkunternehmen ganz ähnlich ist, dass die privatwirtschaftlichen Rundfunksender ja mit ihren Sendern immer noch sehr, sehr hohe Margen einfahren, dass wir in diesem Bereich auch immer noch von Cash Cows reden. Herr Ballhaus hat es angesprochen, ja, der Markt ist an der Stelle noch immer relativ stabil. Und das ist ja eine Beobachtung, die auch erstmal dann dieser Idee einer Veränderung von heute auf morgen widerspricht. Das kann man übrigens auch am amerikanischen Markt zeigen. Auch da war ja die Befürchtung, okay, die Amis zahlen viel Geld für Kabelfernsehen, ja. Und wenn Netflix kommt, wenn die Streaming-Anbieter kommen, dann wird auf jeden Fall jeder seinen Kabelanschluss cutten, cutting the cord. Was ist passiert? Nein. Also in den USA beobachten wir ja die Tendenz. Es gibt einen ganz, ganz leichten Rückgang bei den Kabelanschlüssen, die ja wirklich sehr, sehr viel Geld kosten. Aber wir beobachten auch, dass die Leute eher on top noch einen Subscription-Service wie Netflix oder Hulu dazu abonnieren. Das heißt also eigentlich an der Stelle auch keine Disruption. Das soll gleichwohl nicht heißen, dass alles im Lot ist im Fernsehgeschäft. Aber ich glaube, wir müssen über ein paar Punkte reden, ein paar Punkte, die die Plattform-Ökonomie im Fernsehmarkt betreffen. Würde ich mich freuen, wenn wir die als Impulse vielleicht aufnehmen können, dann in der jetzt auch anschließenden Diskussion auch mit Ihnen sehr gerne. Ich mache mal vier Punkte. Also erstmal muss man ja mal ganz nüchtern konstatieren, dass es einen unheimlichen Hype um diese jungen amerikanischen Medienmarken gibt. Ich denke jetzt nicht nur an Netflix, ich denke auch an sowas wie Vice oder BuzzFeed. Und für mich ist es immer bezeichnend, als in Deutschland noch kein Netflix existierte, aber WatchEver gestartet war. Von Vivendi, ein genauso Streaming-Dienst. In der Presse hat man immer gelesen, ah, jetzt startet hier WatchEver. Das ist so Netflix für Deutschland. Das Gleiche war übrigens bei Spotify. Das war in Deutschland auch nicht gestartet. In Deutschland gab es SimFi. Wir haben auch gesagt, naja, SimFi ist ja das deutsche Spotify. Da merken Sie immer schon, diese Marken sind eigentlich verbunden, quasi natürlich verbunden mit den Angeboten. Und diesen Hype, das ist meines Erachtens sehr interessant. Das liegt auch ein bisschen daran, dass Sie natürlich diese Sendung haben. Das haben Sie gesagt, Frau Waldhelm. Übertragungsrechte für Sport, Großveranstaltungen. Ich finde ja einen spannenden Punkt. Haben Sie gesagt, das differenziert Sie noch? Ja. Ich finde es interessant, wenn ich mir Amazon angucke, dass die jetzt auf Alexa die Bundesliga als Hörfunk übertragen. Und das ist ja vielleicht der erste Schritt. Ich weiß ja nicht, wie es da noch weitergeht. Aber ich finde es interessant, das zu beobachten. Ein zweiter Punkt, den ich machen möchte, wir reden über Entbündelung, Entlinearisierung. Meines Erachtens ist alles richtig. Also die klassischen Programmschemata werden zerbrochen in den Online-Medien. Aber ich beobachte einen Trend zu so etwas wie einer, ich will das mal nennen, Relinearisierung. Was meine ich damit? Ich meine damit diese Content-Streams, die Sie alle benutzen, wenn Sie Facebook aufrufen. Denken Sie an den Newsfeed. Im Newsfeed habe ich doch eigentlich genau das, was ich im Fernsehen auch immer will. Ein Audience-Flow. Ich soll ja nicht aufhören, da durchzuscronen. Der ist unendlich. Und da ist viel Video drin. Also vielleicht ist Facebook und der Newsfeed sozusagen das neue lineare Programm. Meine lineare Online-Welt. Die aber eben unendlich ist. Oder denken Sie an YouTube, die auch in die Richtung geht. Die haben eine TV-App gelauncht, wo Sie auch überlegen, wie können wir diese Linearität irgendwie wieder zurückbringen, in die digitale Bewegtbild-Welt. Und das ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch gerne hier diskutieren würde. Also Entlinearisierung, Relinearisierung. Dann Co-Apetition. Klar, ein Begriff, über den wir sprechen. Wurde sicherlich gestern drüber geredet. Müssen eigentlich alle ihre Contents in die Netzwerke spülen. Was passiert da? Unterstützen wir damit sozusagen die Unternehmen, die ich gezeigt habe? Haben wir überhaupt eine Wahl? Können wir das nicht tun? Ja, was passiert dann? Auch ein wichtiger Punkt, sicherlich als Impuls für die Diskussion aus meiner Perspektive noch wichtig. Und dann, das liegt mir besonders am Herzen, weil ich glaube, dass das der Transformationstreiber des Medienmanagements im 21. Jahrhundert ist, nämlich die Datafizierung des Medienmanagements. Wenn Sie schauen, welche Unternehmen erfolgreich sind, nehmen Sie Netflix. Okay, erfolgreich im Sinne von auf jeden Fall in Wachstumszahlen. Was sozusagen die ökonomische Frage anbelangt, müssen wir nochmal über Venture Capital reden, über Querfinanzierung, vielleicht auch was fürs Podium. Aber was Netflix tut, das wissen Sie alle, die messen natürlich das Zuschauerverhalten ganz wunderbar. Die wissen enorm viel über ihre Zuschauerinnen und Zuschauer, wo sie aufhören, wo sie anfangen zu gucken, was sie mehrmals gucken, all diese Sachen. Aber wussten Sie auch, dass Netflix so circa jeden Film, der jemals in den USA verlegt wurde oder verbreitet wurde, wirklich händisch hat von Menschen kodieren lassen mit etwa 35 Seiten langen Codebüchern und quasi alle möglichen Schlüsselszenen gekodet, getaggt hat und auf dieser Grundlage 75.000 oder mehr als 75.000 verschiedene Genres definiert hat. Sie können also optimal, weil Sie sehr, 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 sehr viel Wissen einfach über die einzelnen Programme haben, das wunderbar matchen mit den entsprechenden Nutzungsverhalten und können auf der Grundlage sowohl neue Sendungen planen als auch sehr gute Vorschlag-Personalisierungserrücken entwickeln. Und das ist ein unheimliches Asset in der digitalen Medienwelt, was meines Erachtens die Grundlage für ganz neue Geschäftsmodelle erbildet. Das sind meine Impulse an dieser Stelle. Ich freue mich darüber, dass Sie mir zugehört haben. Ich bin gespannt auf eine sicherlich freudige Diskussion. Und wenn Sie twittern möchten, mein Twitter-Handle ist kreas. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Dann darf ich auch die anderen aufs Podium bitten, dass wir das nochmal ein bisschen aufarbeiten können, was wir jetzt gehört haben. Ich fand es sehr spannend, wenn wir den Ausblick am Anfang nehmen, dass es ja so aussieht, als ob jetzt mehr Geld in der Branche vorhanden ist. Also es wächst ja weiter, nicht ganz so stark wie das BIP offenbar, aber es wächst weiter. Und wenn wir in die Forschung gucken, zum Medienbudget, dann wird ja immer unterschieden, für was geben denn Menschen Geld aus. Und dann sehen wir, das wächst zwar auch, aber eigentlich schon lange niedriger als das BIP. Also wir geben nicht immer mehr Geld aus. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, woher soll denn jetzt das ganze Geld kommen? Wenn wir auf einmal doch alle Pay-TV haben, wenn wir auf einmal doch alle noch zusätzliche Streaming-Angebote haben. Vor allen Dingen deswegen, weil wir ja auch immer mehr Geld für immer mehr Devices, auf denen wir es ja sehen wollen, offenbar ausgeben müssen. Also wenn wir Medienbudgets anschauen, geht eigentlich mehr Geld in Hardware als in Content. Wie begründen Sie Ihre Hoffnung, dass immer mehr Leute Pay-TV Geld für ausgeben könnten? Ich glaube, es ist eine Frage der Priorisierung und wie groß die Begehrlichkeit ist nach bestimmten Inhalten. Also ein Vergleich, den wir immer ganz gerne heranziehen. Gehen Sie mal mit einer vierköpfigen Familienabend ins Kino. Kaufen Sie noch jedem eine Cola und ein Popcorn. Da kann Sie schon ziemlich viel Sky für abonnieren. Und ich glaube, das ist so eine Frage. Gibt es da eine gewisse Verschiebung? Oder gibt es auch insgesamt einfach die Bereitschaft, einfach einen Ticken mehr vom Haushaltsbudget eben auf Entertainment zu allokieren? Bei Ihnen hatten wir ja die Grafik gesehen und es gab nur zwei, die verlieren. Das waren die Print-Titel. Aber die verlieren sehr wenig. Reicht das denn, um diesen erwarteten Boom im TV-Bereich dann zu finanzieren? Ich hatte ja gezeigt, so groß ist der Boom im TV-Markt jetzt auch nicht. Und insgesamt, das hatte ich ja auch gezeigt, wachsen die Konsumentenausgaben langsamer als die Werbeausgaben. Und beide zusammen wachsen langsamer als das Bruttoinlandsprodukt und wachsen ungefähr mit der Inflationsrate in Deutschland mit. Insofern, ja, die Leute geben nominal mehr Geld aus, aber nicht real. Und ich würde Ihre These stützen, Herr von Remschad, dass in der Tat immer mehr Geld in die Hardware fließt und vergleichsweise das Geld, das in den Content fließt, nicht linear mitsteigt. Also, es ist schon sehr spannend, finde ich, was wir gerade erleben. Weil, wenn wir uns mal die großen Plattformen anschauen, ja, Netflix durch Venture Capital hochgezüchtet, könnte man sagen. Aber wenn wir auf Amazon schauen, welchen Preiskampf die betreiben mit Instant Video, wo enorm viel Querfinanzierung einfach reinfließt, ja. Was sicherlich auch bei den anderen Anbietern, die jetzt in dem Videomarkt streben, man hört ja von Apple, man hört von Facebook, sicherlich auch der Fall sein wird. Also, hier werden eigentlich Produkte stark subventioniert, um sie mit viel Macht und Geld in den Markt zu drängen, habe ich den Eindruck. Und die Frage ist, wie lange das gut gehen kann, weil wir sehen mal das Beispiel Spotify. Spotify ist eigentlich zu günstig, also die machen guten Umsatz, aber es sind miserable Bilanzen eigentlich, also die Fehlbeträge. Und die Frage ist sozusagen, wie lange kann das noch gut gehen, ja. Und ich denke, das ist eine interessante Phase, in der wir uns da gerade befinden, in dieser Transformationsphase, in der halt einzelne Player versuchen, Juba ist auch so ein Beispiel, halt durch hoch subventionierte Preise einen Markt für sich zu gewinnen, durch sozusagen am Ende sehr viel Venture Capital oder Querfinanzierung. Das war nochmal ein Punkt, den ich machen wollte. Das heißt, wir haben eigentlich sowas wie eine Entbündelung, ja. Das hatten Sie zum Teil ja auch gesagt, wie man nutzt, ist immer mehr die einzelnen Sachen. Sie haben noch mehr Hoffnung auf Ihre Fernsehmarke, aber trotzdem sagen Sie ja auch, eigentlich geht es Richtung Plattformen hin. Also gebündelt wird nicht mehr über das Angebot, was ein Sender war wie früher oder was eine Zeitung war wie früher, sondern ich habe immer kleinere Einheiten, genauso auch im Musikbereich, man kauft kein Album mehr, sondern man kauft nur noch Titel. Jetzt brauchen wir ja irgendwie Orientierung und da kommt die Plattform ins Spiel, da kommt die Auffindbarkeit ins Spiel, die wir gestern hatten. Und Sie haben uns ein Beispiel gezeigt, Frau Waldhelm, wie Sie das sich vorstellen, dass Sie der One-Stop-Shop sein können. Und da dachte ich mir, ja, das ist ambitioniert, weil ich möchte ja als Konsument eigentlich genau diesen One-Stop-Shop haben. Aber ist jetzt alles, was ich möchte von Sky? Insofern spannend, dass Sie sagen, in der neuen Plattform werden Sie dann auch andere Inhalte integrieren. Aber reicht das? Also wie viele Leute haben Prime und nutzen über Prime dann das ZDF? Und gestern haben wir gehört, wenn man die ZDF-Mediathek nutzen will, geht das schneller, wenn ich die über Amazon nutze, als wenn ich die über HBB-TV nutze. Unglücklich. Wie kann es gelingen, dass Sie trotzdem als Plattform funktionieren, obwohl Sie ja doch nicht alle Inhalte auf Ihrer Plattform haben können? Nein, also ein bisschen Reality-Check. Also ich glaube, es wird nie eine Plattform geben, die alles hat. Also das wäre ja auch einfach nicht gesund. Wir leben ja immer noch in der Marktwirtschaft und wo eine gewisse Konkurrenz auch das Angebot, denke ich, verbessert. Das One-Stop-Shop hatte ich auch so ein bisschen darauf bezogen, dass wir eben auch eine Flexibilität geben, wie, wann und wo Inhalte genutzt werden. Ich glaube, die Ambition zu sagen, alle Inhalte der Welt gibt es auf einer Plattform, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich glaube, die Richtung ist schon die richtige. Also was schon die Ambition ist, die wir verfolgen, ist es eine Bandbreite an relevanten Themen anzubieten. Und was die alle gemeinsam haben, ist ein hohes Level an Qualität. Und ich denke, das können wir leisten, dass jemand, der im Sky abonniert, das Gefühl hat, egal wann und wo ich bin, ich finde da was, was meinem aktuellen Bedürfnis entspricht und was Spaß macht. Und sei es entweder, dass ich es mir aktiv suche oder dass ich mich einfach über eine lineare Fernsehnutzung auch zurücklehnen kann, mal ein bisschen durchseppe und dann idealerweise was finde. Ich würde nur gerne noch einen Schritt weiter gehen. Also den Trend, den wir ja auch jetzt in den USA sehen oder den wir ja auch eigentlich auch weltweit sehen, ist ja auch wieder eine Individualisierung des Marktzuganges. Also auch viele große Content-Hersteller versuchen sich mit einem Direct-to-Customer-Angebot, indem sie eine eigene App launchen, also HBO ist ein Beispiel, da gibt es dann eben HBO Now in einigen Märkten. Disney hat jetzt Disney Live in UK gelauncht. Also wir sehen da schon auch eine gewisse Entwicklung, dass verschiedene Anbieter selber an Kunden gehen wollen. Auch im Sport, glaube ich, sieht man das ja. US-Sportarten vermarkten sich jetzt alle über eine eigene App. Ich glaube, wenn man das eben weiterdenkt, kommt man schnell wieder an so einen Punkt, wo es schnell ein bisschen intransparent wird, auch für den Kunden. Wo, oh Gott, finde ich denn jetzt eigentlich was und was muss ich jetzt eigentlich alles abonnieren? Und dann habe ich 17 verschiedene Services abonniert und kommt mir da Abrechnung schon gar nicht mehr ganz klar. Und ich glaube, auch wenn dieser Trend weitergeht, bin ich der festen Überzeugung, dass das auch wieder eine Begründung ist, warum es Aggregationsplattformen auch weiterhin geben wird. Also auch Sky ist ja nicht nur, dass wir eigene Inhalte machen und verbreiten, sondern wir aggregieren ja auch Inhalte. Also wir arbeiten mit Partnersendern zusammen, von Discovery Channel über Disney Junior bis hin zur TNT-Serie. Und auch das ist durchaus denkbar, dass das eben nicht nur im linearen Bereich passiert, sondern dass man eben auch andere On-Demand-Angebote eben über eine Plattform bündelt, aber dass man das ein bisschen transparenter dann eben im Packaging macht, dass man vielleicht auch eine klarere Orientierung gibt. Wir haben ja gestern auch darüber gesprochen, diese Auffindbarkeit, das neue Modewort, was mir mal jemand aus England erzählt hat, ist jetzt Searchability, ja, wie Searchable isn't Content. Und das hört sich natürlich wieder ein bisschen an, aber das stimmt schon. Also auch wir stellen uns oft die Frage, wir haben so viele Inhalte und schaffen es eigentlich oft gar nicht so richtig alle zu kommunizieren und zu promoten und dann richtig großes Marketing zu machen. Das muss ich jetzt wirklich sehen. Das gelingt oft eben gerade im seriellen Bereich, wenn man mehrere Staffeln hat und sich eine Fanbase aufbaut. Aber auch das ist was, woran glaube ich auch alle Content-Hersteller und Anbieter eine Challenge haben, diese richtigen Leuchttürme zu definieren und die eben auch searchable und findable zu machen. Wir haben viele schlaue Leute im Raum, deswegen will ich gleich auch das Podium öffnen für Ihre Fragen. Eine Frage ist mir aber noch wichtig, die ich gerne zunächst Ihnen, Herrn Ballhaus, stellen würde. Sie hatten es thematisiert mit den Addressable Ads. Also dass eigentlich auch im Fernsehen sozusagen das Targeting immer besser werden kann. Jetzt frage ich mich, was heißt das denn dann für die Werbebudgets? Heißt das, Fernsehen kann einfach immer mehr Geld verlangen? Also höhere TKPs nehmen für weniger Zuschauer, dafür kann ich die besser targeten? Oder heißt es, dass nicht auch einfach die Werbefinanzierung weniger werden wird für das Fernsehen? Also wenn Addressable TV sich durchsetzt, das setzt ja voraus, dass sich die Fernsehanbieter auch mehr zu Technologiefirmen, Big Data Firmen hin entwickeln, dann bin ich da sehr positiv, dass die Werbeeinnahmen hier auch steigen werden, auch im linearen Bereich. Denn das ist einfach deutlich wertvoller, mein Kontakt, den ich als Werbekunde dort erreichen kann. Die Frage wird hier sein, wie stellt sich die Regulierung dazu? Wir haben ja das Problem, dass in Deutschland durch die Landesmedienanstalten, die wir haben, Fernsehen ein sehr regulierter Bereich ist, während das Internet vergleichsweise wenig reguliert wird. Und hier wird die Frage sein, wie stellt sich die Regulierung hierzu? Man kann ja argumentieren, ja, ich mache jetzt so eine Art regionales Fernsehen, indem ich mit Addressable TV einfach bestimmte Zielgruppen auswähle. Wenn sich das aber durchsetzt, dann bin ich da sehr positiv, dass die Werbeeinnahmen auch im linearen TV auch in Zukunft steigen werden. Wenn sich das nicht durchsetzen sollte, dann werden wir irgendwann einen Peak erreichen bei den linearen Werbeeinnahmen, nicht in den nächsten fünf Jahren. Hier prognostizieren wir noch positive Wachstumsraten, aber irgendwann wird es dann einfach einen Peak geben und dann gehen die Werbeeinnahmen dort zurück. Vielleicht noch einen Punkt, Herr Ballhaus. Sie haben gesagt, da stimme ich Ihnen völlig zu, dass sich die Fernsehsender, die klassischen etablierten Sender entwickeln müssen zu Unternehmen, die Datenkompetenzen haben. Also die brauchen entsprechende Skillsets bei den Mitarbeitern im Bereich Big Data zum Beispiel. Ich glaube, dass sie das schon tun, zum Beispiel ProSiebenSat.1. Die tun das aber nicht über den Weg, dass sie das wegen des Fernsehens machen, sondern das liegt daran, dass sie diese E-Commerce-Portale kauft. Dass sozusagen ProSiebenSat.1 massiv zukauft im Bereich Vergleichsportale, im Bereich Reisevermittlungsportale. Und interessanterweise diese Portale dann ja auch ganz immens über die eigene Fernsehwerbung wiederum pusht, damit Reichweite auf die Portale bringt. Und eine steile These von mir ist jetzt, dass die natürlich wissen, dass es diese langsame Disruption gibt. Und sich dergestalt darauf einstellen, dass sie sagen, wir melken das Fernsehprogramm als Cash-Cow, solange es geht. Und investieren die Beträge, die wir rausziehen, in sozusagen die Akquise M&A für sozusagen neue, medienferne Geschäftsfelder, die sie dann parallel aufbauen. Da würde ich nicht uneingeschränkt mal zustimmen wollen. Ja, natürlich helfen die Erträge aus dem linearen Fernsehen, diese Investitionen vorzunehmen. Aber ich schaue ja bei jeder Investition auch so ein bisschen nach Synergien. Und die Datenkompetenz, die ich mir damit einkaufe, die ich natürlich für den E-Commerce brauche, die kann ich aber natürlich auch bei so Themen wie Addressable TV, bei so Themen wie Social TV hervorragend einsetzen. Und durch diese Synergien, glaube ich, besteht durchaus Hoffnung und die Chance, sofern der Regulierer hier nicht sozusagen hier das nicht in irgendeiner Form einschränkt, eben auch künftig Wachstum aus der linearen Werbung zu erzielen. Absolute Zustimmung, einzig der Punkt. Ich bin gespannt, wie sich die Mediengeschäftsfelder dieser Unternehmen in Zukunft entwickeln. Vielleicht haben wir dann auch die Teilung zwischen Leuten, die es sich leisten können und die es sich nicht leisten können. Ich will das vom Zitat nicht nochmal aufheben. Haben Sie Fragen an unsere Diskutanten? Bitte dort. Frau Seidelt kommt mit dem Mikrofon. Dankeschön. Vielen Dank. Mein Name ist Bernd Malzernini. Ich arbeite für die Medienanstalten im Bereich Medienkonzentration. Uns interessiert natürlich das Thema des Panels, wie wandelt sich der Markt ganz besonders. Und wir haben gestern und heute viel gehört über die traditionellen Anbieter im Markt, auch über die Strategien heute von Sky oder die Visionen für das Jahr 2030. Und wir haben viel gehört über die Strategien der neuen Anbieter, Netflix, Amazon, Facebook etc. Was anklang eben im Beitrag von Herrn Ballhaus, war die Rolle der Medien, Telekommunikation, also der Telekommunikationsunternehmen im Medienbereich. Und in Amerika haben wir ja schon so eine Idee, wie das aussehen könnte. Eine geplante Übernahme von AT&T, beziehungsweise von Time Warner durch AT&T. Und in Deutschland erleben wir seit Jahren immer mal wieder Versuche der Deutschen Telekom, Übertragungsrecht im Sportbereich zu erwerben. Und hier haben wir natürlich gewisse rechtliche Probleme. Die Telekom darf das nicht als Fernsehveranstalter machen. Jedenfalls ist das etwas strittig. Und die Dinge werden dann eben sublizenziert und von anderen Veranstaltern auf Sendung gebracht. Die Frage einfach auch an die Ökonomen hier, Herrn Ballhaus speziell. Ich glaube, diese Telekommunikationsunternehmen werden möglicherweise ihren Markt ausgereizt haben, aber gut Geld verdienen und das investieren. Wie sehen denn die Beteiligten auf dem Panel die Rolle dieser Telekommunikationsunternehmen in der Zukunft der Fernsehanbieter? Herr Ballhaus, Sie waren direkt angesprochen. Ja, sehr gerne. Also die Idee, dass Telekommunikationsunternehmen auch in Inhalte investieren und sich stärker im Inhaltebereich positionieren, ist nicht neu. Die gibt es spätestens seit der Versteigerung der OMTS-Lizenzen. Ich glaube, das war im Jahr 2000 oder 2001 für sehr viel Geld gewesen. Also das ist nicht neu. Ein bisschen neuer ist das Angebot über IPTV, also über das Internet, dort eben auch Content, auch linearen Content anzubieten. Natürlich kann man hier über Synergie nachdenken, die man nutzen kann. Telekommunikationsunternehmen haben ja sozusagen eine sehr enge Beziehung eigentlich zu ihren Konsumenten, wissen sehr viel, was sie tun. Sie haben auch eine regelmäßige Rechnungsstellung mit ihren Konsumenten. Übrigens, was die linearen TV-Anbieter so in der Regel ja nicht haben. Also diese ganzen Rechnungsprozesse. Und insofern tritt hier ein zusätzlicher Wettbewerber auf den Plan. Man sieht das sehr stark in den USA. In Europa haben wir derartige Übernahmeideen weniger gesehen. Aber denken Sie mal an Vivendi, durchaus ein Konzern, der neben Inhalten eben auch Telekommunikation anbietet. Also das schließt sich meines Erachtens nicht aus. Herr Buschow, glauben Sie, dass das den Wettbewerb fördert? Ja, also vielleicht ein interessanter Punkt. Die Telekom, da sehe ich keine strategische Handschrift, die mich überzeugt, muss ich sagen. Also wenn Sie sehen Video-Load, Music-Load und so, da gab es Investitionen, dann wieder Desinvestitionen, hängt ziemlich stark offenbar auch zusammen mit der jeweiligen Führungsspitze und den jeweiligen Strategien, die da gerade verfolgt werden. Ich glaube, der Punkt, wenn wir 2030 sagen, ist ja eigentlich eher die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn andere Player, jetzt denken wir noch mal ganz weiter, nicht Telco, in diesem Medienbereich vordringen. Also denken Sie an die Deutsche Kreditbank, die hat ja die Handball-WM übertragen, das hat ja den Landesmedienanstalten auch schwere Bauchschmerzen bereitet. Die Frage ist sozusagen, was ist denn, wenn wir da so eine Entwicklung zu, naja, ich will mal, Corporate Publishing ist nicht der richtige Begriff, aber Sie meinen vielleicht, Sie wissen vielleicht, was ich damit andeuten will. Dass also nicht Medienunternehmen zum Beispiel Sportrechte kaufen, um zu sagen, ja, das passt super mit unserer Marke zusammen, warum zeigen wir das nicht unseren Kunden und das quasi wiederum subventionieren. Könnt ihr mir vorstellen, dass es eine Entwicklung ist, die wir sehen, so wie sozusagen dann eben jetzt auch der Zeitungsjournalismus, gerade im Ratgeberbereich natürlich enorm unter Druck gerät durch Portale, die von Unternehmen bespielt werden. Weil da ist es jetzt auch nicht so wichtig, ob sozusagen die journalistische Trennung eingehalten wird, ob da sozusagen der journalistische Codex quasi eingehalten wird. Also an der Stelle könnte man auch noch weitere Zukunftsüberlegungen anstellen. Und ich glaube, das ist eher so die Frage. Was passiert denn, wenn plötzlich Unternehmen, die sehr, sehr weit vom Mediengeschäft entfernt waren früher, jetzt das als eine attraktive Marketingmechanismus erkennen? Auch das ja nichts ganz Neues, die ersten Radiogeräte wurden verkauft von Firmen, die merken, oh, wir müssen auch Inhalte anbieten, sonst kauft keiner das Radio. Haben Sie weitere Fragen? Dort vorne, haben wir ein Mikro da? Frau Seidel hier in der zweiten Reihe, danke. Mein Name ist Andreas Neukamm, Student an der Uni Mainz hier. Vielleicht auch an Herrn Ballhaus. Die Frage, ich glaube, Sie haben prognostiziert, dass die mobile Nutzer, mobile Daten extrem steigen, bei fast 80 Prozent liegen sollen 2021. Meine Frage wäre, wie gut Ihre Kontakte denn zur kommenden Bundesregierung sind. Und denn mein Datenvolumen, wenn ich da auf die Infrastruktur schaue, ist seit ungefähr zwei Wochen aufgebraucht. Würden Sie das 100 Prozent prognostizieren? Oder wie soll sich das denn bessern? Weil die mobile Nutzung scheitert doch sehr an der Infrastruktur, die es zurzeit gibt, dass ich in diesen Bereich vielleicht auch investiere. Wir erwarten ja die Einführung des neuen Mobilfunkstandards 5G. So offizieller oder offizielles Launchdatum der Zeit ist irgendwann 2020. Es gibt aber auch Verlautbarungen der Netzbetreiber, dieses gegebenenfalls schon früher einzuführen. Die Frage ist, wie definiere ich überhaupt 5G? Aber eins ist klar, es wird dazu, also die neue Technologie wird helfen, hier größere Bandbreiten zur Verfügung zu stellen. Es wird da rein investiert werden. Und wir werden beispielsweise 5G auch für so Dinge wie Connected Car oder autonomes Fahren benötigen. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass hier viel Geld reinfließen wird. Meine persönlichen Kontakte zur Bundesregierung sind nicht sehr ausgereift oder belastbar. Danke schön. Hier vorne, Birgit Stark hatte noch eine Frage. Ja, eine Frage an Herrn Buschhoff. Ich fand die These einer Relinearisierung total spannend, weil eigentlich reden wir genau über den gegenteiligen Trend momentan. Und wenn ich es richtig verstanden habe, geht es in die Form, also ein Newsfeed von Facebook als Beispiel, Bündelung, Nachrichtenaggregator. Wäre das, wenn man es weiterdenkt, vorstellbar, dass so etwas viel, viel stärker auch mit audiovisuellen Inhalten, mit Video, klar, aber mit mehr Anbietern, ähnlich wie wir das bei den Zeitungsverlagen erlebt haben, die ganz konkret Kooperationen eingegangen sind, mit Facebook, um ihre Inhalte da rein zu pushen und sowas auch im audiovisuellen Bereich mit anderen Anbietern? Ja, wäre auf jeden Fall denkbar. Also ich glaube, die Facebook-Strategie ist ziemlich klar. Also Video ist für Facebook sehr, sehr wichtig. Und das sieht man ja nicht nur an Facebook Live, sondern eben auch, wenn man mal den Newsfeed vergleicht von vor drei Jahren, wie viel Video jetzt mittlerweile drin ist. Und wenn wir überlegen, sozusagen, dass dadurch gewisserweise ein neues Programmschema entsteht, Audience Flow, die Begriffe, die ich genannt hatte, dann ist es natürlich auch interessant, mitunter hier Kooperation einzugehen. Auf jeden Fall. Bei den Zeitungsverlagen, also ich meine, Instant Articles ist ja nun wirklich keine Erfolgsgeschichte. Deshalb ist die Frage, ob es da Überlegungen gibt, das weiß ich nicht. Was ich allerdings auch spannend finde, ist natürlich so ein Investment wie Oculus, wo sozusagen Facebook einfach mal einen VR-Anbieter kauft, weil sie wissen, okay, vielleicht wird so ein Newsfeed später mal ganz anders rezipiert werden, nämlich eher durch Datenbrillen oder sowas. Und da wird es natürlich dann auch interessant und da wird natürlich auch Content gebraucht. Dann ist die Frage, Partnerschaften, Co-Opetition, das ist dann wieder der Begriff. Also wer kommt sozusagen da rein? Und da sind wir aber auch Findbarkeit, Searchability bei der Regulierung. Es ist jetzt die Frage, ist das wirklich Relinearisierung oder geht es da eigentlich eher darum, einfach die Verweildauer zu erhöhen? Ja, es geht natürlich immer darum, die Verweildauer zu erhöhen. Das ist ja beim Fernsehen nicht anders. Was machen Sie denn, dass die Leute nach dem Fußball dranbleiben? Ja, wer es in den letzten Wochen mal Fußball geschaut hat, also wir verweisen eigentlich immer dann im Anschluss auf einen Film oder auf Babylon Berlin. Also schalten Sie jetzt um und so und so geht es da weiter. Also für uns ist es natürlich auch sehr wichtig, dass wir den Audience-Flow zumindest in der linearen Welt möglichst Anreize schaffen, auch auf der Plattform zu bleiben. Gelingt das auch bei SkyGo? Bei SkyGo ist es ein bisschen schwieriger. Also auch da nutzen wir, dass wir vor dem Inhalt einen kleinen Trailer spielen, um einfach auch noch auf andere Inhalte aufmerksam zu machen. Ja, also und idealerweise passen die ungefähr zu dem, was der Kunde sich eben anschaut, dass das thematisch zusammenpasst, dass wenn einer gerne Serie A schaut, dann machen wir eben nochmal einen Hinweis darauf. Da gibt es übrigens noch mehr davon. Und natürlich haben wir auch diese sogenannte Binge-Viewerung-Funktion, dass wenn man eine Episode geschaut hat, dass es mit der nächsten eben auch weitergeht. Das ist jetzt nicht besonders neu, aber auch das hilft natürlich, ja zumindest innerhalb einer Staffel auch dran zu bleiben. Ich glaube... Bitte. Tausend Grote ist mein Name. Ich wollte nur fragen, warum ist Audience-Flow für einen Pay-TV-Anbieter relevant? Wegen der zusätzlichen Werbeeinnahmen, die erzielt werden? Oder weil Sie die Erfahrung gemacht haben, wer lange geguckt hat, ist auch länger Abonnent? Ich würde mal sagen, vor allem Letzteres. Also wir finanzieren uns ja zum Großteil über die Abonnentengebühren, die gezahlt werden. Und wir sehen dann eine ganz klare Korrelation. Wer mehr nutzt, ist zufriedener. Und wer zufriedener ist, bleibt auch er. Ja, also um es mal sehr, sehr einfachen Worten zu formulieren. Und deswegen geben wir uns schon Mühe, auch den Sky-Abonnenten mehr Anreiz zu geben, als ich sage jetzt mal nochmal, samstags um 15.30 Uhr einzuschalten, wenn das Spiel vorbei ist, wieder auszuschalten. Oder eben dann wieder einfach Free-TV zu nutzen. Also das versuchte ich vorhin ja schon mal zu sagen. Also unsere Strategie basiert eigentlich auf einem ganz einfachen Bild, dass wenn die Familie zusammensitzt und es geht darum, verlängern wir unser Sky-Abo oder nicht, dass eigentlich jeder die Hand hebt und sagt, nee, ganz ehrlich, ich möchte eigentlich auf die HBO-Serie nicht verzichten. Und ich will auf den Livesport nicht verzichten. Und ich möchte eigentlich auch auf die Filme nicht verzichten. Und wenn wir es eben auch schaffen, dass mal einer auch noch vor kurzem das auch genutzt hat und nicht irgendwie in weite Vergangenheit blicken muss, dann hilft uns das ungemein. Aber wir haben natürlich auch Abonnenten, die sagen, selbst wenn ich nur einmal im Monat mir eine neue Serie anschaue, dann ist das trotzdem so ein Mehrwert, dass ich dabei bin. Aber ich glaube, die Mischung macht es. Und wir müssen eben schon schaffen, die Leute auch immer mehr davon zu überzeugen, was es eigentlich alles bei Sky gibt und dass das ein gutes Angebot ist, das ein Geld wert ist.